Also mit einem sogenannten Bypass werden verengte oder verschlossene Gefäßstellen umgangen oder überbrückt. Unsere treuen Hörer dürften ja bereits wissen, dass solche verengten Stellen durch Ablagerungen an den Gefäßinnenwänden entsteht, bei Patienten, die an Atherosklerose leiden bzw. an der sogenannten koronaren Herzerkrankung oder KHK. Wenn die Herzkranzgefäße betroffen sind, ist die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels eingeschränkt. Da diese Ablagerungen nicht entfernt werden können, wird eine neue Verbindung zwischen Hauptschlagader und dem Herzkranzgefäß hergestellt. Zur Überbrückung nutzt man körpereigene Arterien aus dem Brustmuskel zum Beispiel oder Venen aus den Beinen. Die Operation dauert im Durchschnitt drei bis fünf Stunden, wird unter Vollnarkose durchgeführt und mehrere Herzchirurgen arbeiten mit einem relativ großen Team zusammen in dieser Operation. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Heartfish-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um die Bypass-OP. Eine Operation am Herzen ist keine so wirklich schöne Vorstellung. Doch gerade bei Menschen über 70, die unter koronaren Herzerkrankungen leiden, sind Bypass-OPs manchmal notwendig. Auf was sollte man sich gefasst machen und wie lebt man mit einem solchen Bypass? Und kann man die OP eventuell auch umgehen? Wenn Sie sich genau diese Frage schon einmal gestellt haben, sollten Sie in den kommenden Minuten gut aufpassen. Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, Heartfish hilft Menschen mit Herz-Kreislauf-Störungen oder chronischen Erkrankungen, ihre Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich mit gezieltem Training Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Heartfish-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Motivationstrainer und Trainingstagebuch in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Website heartfish.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal. Dann verpassen Sie keine weitere Podcast-Folge mehr. Über das heutige Thema der Bypass-OP rede ich natürlich nicht alleine. Bei mir im Heartfish-Studio ist wie immer einer der Gründer von Heartfish und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomed, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Ich denke, als allererstes sollten wir klären, was ein Bypass ist und in welcher Situation er überhaupt notwendig ist. Kannst du uns darüber aufklären? Also mit einem sogenannten Bypass werden verengte oder verschlossene Gefäßstellen umgangen oder überbrückt. Unsere treuen Hörer dürften ja bereits wissen, dass solche verengten Stellen durch Ablagerungen an den Gefäßinnenwänden entsteht. Bei Patienten, die an Atherosklerose leiden bzw. an der sogenannten koronaren Herzerkrankung oder KHK. Wenn die Herzkranzgefäße betroffen sind, ist die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels eingeschränkt. Das kann zur Luftnot, Brustenge, Rhythmusstörungen, Herzschwäche oder Infarkt führen. Da diese Ablagerungen nicht entfernt werden können, wird eine neue Verbindung zwischen Hauptschlagader und dem Herzkranzgefäß hergestellt. Zur Überbrückung nutzt man körpereigene Arterien aus dem Brustmuskel zum Beispiel oder Venen aus den Beinen. In der vergangenen Folge haben wir ja über die Stentimplantation gesprochen. Die kam auch bei der KHK zum Einsatz. Kann man also frei entscheiden, ob man einen Stent oder einen Bypass bekommt? Also das entscheidet letztendlich ein Arzt bzw. der Herzkatheterspezialist, der die angiografische, also diese Herzkatheterabklärung macht. Eine Bypass-Operation ist ja ein relativ großer Eingriff mit einer relativ langen Genesungsphase und wird auch nur dann gemacht, wenn er wirklich notwendig ist. Bei schwerer ausgeprägter Krankheit, bei der mehrere Gefäße gleichzeitig betroffen sind oder ein Stück des Gefäßsystems, das man als sogenannten Hauptstamm bezeichnet, von dem dann zwei große Äste abgehen. Bei Patienten mit Diabetes neigt man auch eher dazu, einen Bypass zu setzen, anstatt einer mehrfachen Stentimplantation. Wenn ein Katheter die verengte Stelle nicht gut erreichen kann, sodass kein Stent gesetzt werden kann, dann wird auch manchmal beschlossen, eine Bypass-Operation durchführen zu lassen. Und es ist ja klar, dass eine Herz-OP niemand auf die leichte Schulter nehmen sollte. Kannst du denn schildern, was bei so einem Eingriff passiert? Also zunächst einmal muss vor der Operation eine eingehende Voruntersuchung gemacht werden. Es wird eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, um diese Engstellen zu lokalisieren. Auch ein Herzultraschall ist angezeigt, um eventuelle Klappenfehler, die parallel dazu bestehen, zu diagnostizieren. Und auch andere Untersuchungen sind erforderlich, die bei der Vorbereitung der Ärzte dazu dienen sollen, eine Entscheidung zu treffen. Insbesondere eine Untersuchung der Halsgefäße, eine sogenannte Karotis-Doppler-Sonografie. Die Operation dauert im Durchschnitt drei bis fünf Stunden, wird unter Vollnarkose durchgeführt und mehrere Herzchirurgen arbeiten mit einem relativ großen Team zusammen in dieser Operation. Es gibt letztendlich zwei mögliche Verfahren. Die Operation kann am offenen Herzen durchgeführt werden. Damit wird der Brustkorb geöffnet und das Herz freigelegt, auch der Herzbeutel geöffnet und die Herzkranzgefäße dargestellt. Und dann gibt es wieder zwei Optionen. Der erste Patient wird entweder an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die die Organfunktion kurzzeitig übernimmt, während das Herz zum Stillstand gebracht wird. Bei dem sogenannten zweiten oder Pump-Off-Verfahren schlägt das Herz weiter. Nur ein Teil der Herz-Oberfläche wird mittels eines Stabilisators ruhig gestellt. Ein zweiteres größeres Verfahren ist eine sogenannte minimal-invasive Bypass-Operation, wenn zum Beispiel die linke vordere Kronar-Atherie betroffen ist, die relativ leicht zugänglich ist. Es entsteht eine kleine Schnittstelle unterhalb der linken Brustwarze. Diese Operation ist bei schlagendem Herzen möglich. Es besteht durch die kleine Operationswunde natürlich auch ein geringeres Infektionsrisiko mit kürzerer Genesungsdauer. Selbst bekommt man ja davon nichts mit. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, was im OP-Saal passiert. Jetzt frage ich mich natürlich, wie schnell bin ich denn danach wieder auf den Beinen? Also im Allgemeinen wird man nach einer Bypass-Operation so sechs bis acht Tage in der Klinik bleiben. Schon am ersten Tag empfiehlt es sich, eine frühe Mobilisation unter Aufsicht eines Physiotherapeuten durchzuführen. Bewegung ist schon in diesem Stadion unmittelbar postoperativ wichtig. Anschließend sollte nach der Spitalsentlassung eine relativ zügige Rehabilitation für drei bis sechs Wochen angeschlossen werden, wobei man vier bis sechs Stunden stationär oder ambulant in Betreuung ist. Der Schwerpunkt der Rehabilitation ist eindeutig körperliches Training, also medizinische Trainingstherapie. Nach circa sechs Wochen ist man wieder fit für den Alltag, kann auch wieder arbeiten gehen und eventuell auch wieder Autofahren. Berufen mit schwerer körperlicher Belastung sollte man allerdings noch sechs Monate zuwarten. Die Risiken, die mit einer OP verbunden sind, stimmen ja immer sehr viele Patienten unsicher. Was gibt es denn darüber zu sagen? Es gibt natürlich mögliche Komplikationen. Ein Herzinfarkt kann bei der Operation auftreten oder Schlaganfälle während der Operation. Das passiert in lediglich zwei bis fünf Prozent der Fälle. Herzrhythmusstörungen nach einer Operation sind durchaus häufig, klingen aber im Laufe der Tage ab. Nachblutungen sind relativ gefährliche Komplikationen. Eine Einblutung in den Herzbeutel kann das Herz behindern beim Schlagen und muss unter Umständen noch einmal eröffnet werden. Das passiert aber extrem selten. Auch Wundinfektionen sind extrem selten. Aber natürlich ist eine Bypass-Operation keine Kleinigkeit. Die Sterberate liegt je nach Gesundheitszustand und Vorerkrankung bei ein bis drei Prozent. Der Eingriff lohnt sich aber in allen Fällen, wo dieser Eingriff beschlossen wurde. Bei 94 Prozent der Patienten werden die Beschwerden dauerhaft gelindert. Und die Lebenserwartung ist nach einer Operation sehr gut, fast gleich wie bei gesunden Menschen, so während der Herzmuskel nicht bereits vorgeschädigt war. Ein Bypass ist also eine permanente Lösung für Menschen mit schwerer koronaler Herzerkrankung? Naja, der Ausdruck permanent. Also Bypasse halten durchaus 15 bis 20 Jahre. Damit hat man schon jahrelange Erfahrung. Man sollte aber vorzugsweise Arterien für die Überbrückung verwenden, weil die länger durchlässig bleiben wie Venen. Venenbypasse haben gewisse Vorteile, weshalb sie trotzdem relativ häufig durchgeführt werden. Bei 30 Prozent der Patienten wird dann nach fünf bis sieben Jahren in so einem Venenbypass eventuell ein Stent notwendig. Nach der Operation gilt auf jeden Fall, es muss der Lebensstil angepasst werden. Risikofaktoren für die Arthrosklerose sollten minimiert werden bis ausgemerzt werden, damit keine neuen Engstellen entstehen. Und soweit ich mich da auskenne, bedeutet das Rauchstopp, gesunde Ernährung, viel Bewegung und medizinische Trainingstherapie. Liege ich da richtig? Absolut. All diese Maßnahmen helfen dabei, Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Körpergewicht zu regulieren. Also Operierte sollten im Rahmen der Rehabilitation mit mäßigem Ausdauersport anfangen, bei dem man leicht außer Atem kommt. Am besten drei bis vier Mal die Woche für jeweils 30 Minuten. Eine institutionelle Rehabilitation ist im Rahmen so eines Anschlussheilverfahrens in jedem Fall angezeigt. Man sollte erstmals keine Sportart ausüben, die das Brustbein belastet, wie Brustschwimmen zum Beispiel, Volleyball und diese Dinge. Also der Hartfischkurs ist ein perfekter Begleiter für die Zeit nach der Operation und auch während der Rehabilitation. Der Hartfischkurs stellt ein angepasstes Trainingsprogramm zur Verfügung, das sich leicht in den Alltag integrieren lässt. Dann lassen wir nochmal ganz kurz einige der Informationen zusammenfassen. Eine Bypass-OP ist sicherlich nichts, wozu man leichtfertig zustimmt, da es sich um einen großen, wenn auch recht häufig durchgeführten Eingriff am Herzen handelt. Wichtig ist zu verstehen, dass ein Bypass sehr erfolgreich die Probleme beheben kann, die durch verengte Herzgefäße entstehen. Nach einer längeren Schonfrist kann man wieder ganz normal am Leben teilnehmen, ohne Angst vor Herzproblemen zu haben, was natürlich das Ziel einer solchen OP ist. Und unabhängig davon, was ist denn deine Kernaussage dieser heutigen Folge? Also so eine Bypass-Operation ist, wenn sie erforderlich ist, durchaus eine großartige Sache, wie vieles, was in den Spitälern passiert. Aber wir sollten alles dazu unternehmen, nichts davon brauchen zu müssen. Eine Bypass-Operation wird durchgeführt, wenn eine Stent-Implantation nicht viel bringen würde, zum Beispiel bei schwerer KHK, bei mehreren Gefäßen, die betroffen sind, aber auch bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zum Beispiel. Die Genesung dauert schon etwas länger als bei einer Stent-Implantation, doch sollten die Patienten schon in den ersten Tagen mobilisiert werden. Nach der Rehabilitation sollte man unbedingt weiter trainieren, um die Herz- und Kreislauffunktion möglichst lange aufrechtzuerhalten. Dann danke ich dir, Charles, für diese leicht verständlich aufbereiteten Informationen und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn Sie mehr über Hardfish, die Kurse und die App erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website hardfish.io. Und damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv.